Was ist das? Ach guck mal hier ist der Angelhaken! Den brauchen wir! Weißt du warum nimmt sie sich den nicht einfach weg? Nein! Geht nicht! Wahrscheinlich nur so Papierhände oder sowas. So. Ähm. Wo ist denn bitte die Augenklappe? Das ist keine Augenklappe. Das sind die glaube ich nicht. Hier ist eine Wespa am Sitzen. Da ist ein Holzschuh. Da ist eine Muschel. Da ist eine... So eine Schatulle. Hier ist eine Tasche. Wollte schon sagen, wenn das eine Augenklappe gewesen wäre. So eine Augenklappe. Die komplett vor das Gesicht geht. Ich sehe schon wie die Zuschauer jetzt so förmlich auf dem Bildschirm standen. Augenklappe, 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 Augenklappe. Aber so ich auch. Bei Solid Snake ist die Augenklappe. Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Kann ich die Tasche öffnen? Nein. Da ist ein Käfer. Eine Flasche. Nein. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die Augenklappe ist. Da ist ein Messer. Da ist eine Zwiebel. Oder Knoblauchzehe. Da ist der DFB Pokal am liegen im Übrigen. Da ist eine Pfeife, ein Schlüssel. Blatt, Blatt. Die Augenklappe habe ich auf. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo eine Augenklappe sein soll. Ich will auch keinen Tipp benutzen. Bin ich ganz ehrlich. Ihr wolltet Experte haben. Und diese beruhigende Musik im Hintergrund. Lala. 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 Augenklappe. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Augenklappe. Ich habe keinen. Also für YouTube einfach weiterspulen. Bis ich es gefunden habe. So. Neben dem Holzschuh glaube ich. Das ist keine Augenklappe gewesen. Das war doch nie im Leben eine Augenklappe. Das war nur ein Band. Das war ein Band, wenn man in Trauer liegt. Dann ist das dieses... Das ist so ein Trauerbändchen ist das. Oh Gott. Aber wir haben eine Viole. Was ist das denn hier? Spieglein, Spieglein an der Wand. So. Dem Rahmen fehlt ein Porträt. Ich nehme den Köder oder die Viole. Nein, das geht nicht. So, kann ich sonst irgendwas hier machen? Alter. Eigentlich falsch beschrieben. Ja, das ist bei Wimmelbildspielen glaube ich ganz normal. Oh, wir haben ein Buch zu lesen. Achja, das war ja bei The Order, wo ich es nicht lesen konnte. Mary's Tagebuch. 21. Oktober 1737. Ich gebe meine Familie und ein Leben in Luxus für einen Piraten auf. Es hat sich herausgestellt, dass es der Mann meiner Träume ist. Unsere Beziehung stand zunächst unter keinem guten Stern, da Henry für mich ein Lösegeld erpressen wollte. Die Geisel auf einem... Die Geisel auf einem... Was? Die Geisel auf einem Piratenschiff... Ne, was? Das? Ist das das? Das Geisel? Ne, der Geisel? Die Geisel auf einem Piratenschiff versuchte mich zu ertränken. Ach, eine Geisel auf dem Piratenschiff versuchte mich zu ertränken in der Hoffnung, meine Familie so vor Schaden zu bewahren. Henry sprang mir nach und rettete mich. Statt einem schnellen Tod erlitte mich ein schweres Fieber. Was? Erlitt mich ein schweres Fieber? Okay. Henry pflegte mich beinahe zwei Wochen, bis ich gesund wurde. Wie in dieser Zeit lernte ich den wahren Kapitän Remington kennen. Und das veränderte alles. Er war so anders als all die Jungs. äh, Beren und G-Gayfen, ne, Grafen, die ich zwar getroffen hatte, kühl, stark und charmant. Doch auch belastet durch ein dunkles Geheimnis. Zu Beginn wollte ich ihm zeigen, dass er den falschen Weg eingeschlagen hatte. Dann verliebte ich mich in ihm. Als er mich zu meiner Hand war, sagte ich, ja. Alter, geil. Was? E-Fußball? Was? Ach, Thema DFB-Pokal. Äh, war ja heute erste Runde. E-Fußball. So, interagieren. Was können wir hier? Farbige Glasfaser-Vorhänger. Dieser Ort wurde bestimmt von einer Frau eingerichtet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich von Vera in Wien. Fäkalien. Ähm, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Eine Eisenstange. Ja, die kann ich dir direkt auf den Kopf hauen. Dann ist das Spiel vorbei. So. Mhm, seltsam. Die Kerzen brennen noch. Kann ich hier mit der Eisenstange vielleicht irgendwas machen? Nein, das geht nicht. Okay. Hier vielleicht mit der Eisenstange irgendwas tun. Nein, okay. So. Ja, Fußball ist auch nicht so für mich. Aber es war jetzt so das erste Spiel und ich habe auch nicht geguckt, großartig. Sondern, äh, war so spontan einfach mal so beschrieben. So, dann gehen wir mal... Ich glaube, hier lange müssen wir, ne? Ne. Ich glaube immer falsch. So, wir haben die Fiole. Eisenstange, Fels wegrollen. Ja. Aber ich mach mal eben hier die Fiole. Weil wir haben ja die Fiole jetzt hier. Für die Lösung muss ich die Re... äh, die Reagenz. Korrekt. Nein, ich, äh, nein, will ich nicht. Oh Gott. Ähm... Erst... Warte mal. Nee, warte mal. Äh... Gelb kommt vorne in den Topf rein, ne? Gelb kommt hier rein. Geht... Hallo? 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 Ich, äh... Hallo? Ich... Rot. Warte mal. Wo war denn... Rot kommt ganz hinten rein. Oh Gott, Rot. Rot? Das geht nicht. Warum kann ich... Hallo? Hallo? Das... Nein, das geht nicht. Blau. Wo kommt Blau? Blau kommt unten rein. Hier. Das... Das funktioniert ja super. Das funktioniert... Ach so, ich muss jetzt erst aufdrehen. Okay. Jetzt kommt Gelb hier... Hä? Ach, ich muss erst den Deckel abnehmen. Natürlich! So, jetzt kommt Gelb da rein. Ne? So, dann... Ähm... Ach so. Eins... Zwei... Drei... Vier ist jetzt hier das Ding in hier. Müssen den Deckel wieder drauf machen. Dann vier ist hier. Ja. So, fünf müsste die blaue Flüssigkeit sein, ne? Genau, fünf ist die blaue Flüssigkeit. Alter, muss richtig hier so... Richtig nach Rang und Ordnung geht das hier. So, sechs ist wieder das Hähnchen drehen. Das Hähnchen vor allen Dingen. Bok! Bok! So, sieben ist... Äh... Warte mal, was ist denn sieben? Sieben ist rot da einfüllen. Okay, rot da einfüllen. Ja. Ja. Jawohl, Chemikalie. Sehr schön. Wir haben eine Chemikalie. Ich glaube, wir können jetzt nutzen bei dem... Bei dem Gitter. War das hier? Ja, können wir das hier nutzen vielleicht? Nicht. Boah, diese Animation. Ich werde bekloppt. Wir haben... Was haben wir denn da bekommen? Was ist denn das? Eine Hochzeitseinladung. Ich werde bekloppt. Das war's ja auch. Okay, deshalb wir können zurück. Mit der Hochzeitseinladung sind wir jetzt natürlich eingeladen auf die Hochzeit und können jetzt wahrscheinlich da als Braut gehen. Oder als Trauzeuge. Ich weiß es nicht. Ähm... So, gucken wir mal. Eisenschange war vorhin der Tipp im Chat gewesen mit der Eisenschange des Dings wegrollen. Was hättest du nicht mit Hände machen können? Nein! Das funktioniert nicht, ne? So. Die sind zu dick, um sie durchzuschneiden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, wir haben doch Säure. Das funktioniert. Oh mein Gott, ein Geist! Der Geist, der immer auf die Brille scheißt. Oh, Entschuldigung. Ähm... So, was haben wir hier? Hier fehlt... Was ist hier? Hä? Ach, gehen! Was? Unter dem Glas in der Mitte des Labyrinths glitzert ein Ring, der mit einem besonderen Stein versehen ist. Ja, dann nimm ihn dir doch! Ein Rohr unter Wasser verbindet diese Behälter in der Mitte des Labyrinths. In der Innenschrift zufolge benötige ich einen Fisch. Nja. Das wird ja sehr spannend. Ich freue mich sehr. Was ist das denn hier? Das Steuerrad ist unvollständig. Wo sind die anderen Teile? Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Was fragst du mich denn immer? Mein Gott! Alter! Was haben wir denn da bekommen? Ein Krug! Oder? Was ist das? Ein Fischglas! Ah! Dann können wir bald angeln gehen. Kann ich hier die Kronleuchter bewegen? Nein, das geht diesmal nicht. Warte mal. Ich gehe erstmal zu der Tür. Ja. Wir haben alle zu Hause Schlösser, die aussehen wie Haken von Piraten. Das Muster auf dem seltsamen Schloss kommt mir sehr bekannt vor. Ja, das frage ich mich auch immer, wenn ich morgens meine Haustür zumache. Dann frage ich mich auch immer erst. Dieses Schloss kommt mir sehr bekannt vor. So. Der Toilettengeist. Der dir beim Kacken in die Eier kneift. Ja, ist auch gut. So. Wapp. Der Augenmechanismus fehlt. Dann nimm hier das Fischglas. Die Hochzeitsanladung. Den Köder. Oh Gott. Oh Gott, das wird ja immer besser. Ich freue mich sehr. Ich mag solche Spiele. Es ist so geil. So. Okay. Gehen. Ja, gehen. Kann ich gehen? Kann ich einfach gehen. Das Spiel ausmachen. Einfach Playstation-Taste drücken und aus. Was steht hier? Schweres Kanonenfeuer hat das Dach zerstört. Doch jemand hat sich die Mühe gemacht, den Raum aufzuräumen. Wenn sie das Aufräumen nennt hier, ist ja okay. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier... Ach, da kann ich jetzt auch langlaufen. Ach, guck mal an. Ist ja interessant. So. Ähm. Schnürhaken. Tote Fliege. Kreuzass. Äh. Wettstein. Hammer. Peitsche. Mosaik. Schale. Schuh. Rose. Spitze und Krähe. Da ist die Krähe. So. Wir brauchen einen Schuh. So. Die Rose ist da hinten. Wer hat mir die Rose auf dem Hintern tätowiert? Was ist das denn hier? Eine Fliege. Anfänger. 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 Okay. Wär ist nur beim ersten Mal lustig. Schale. Ja, das ist eine Schale. Ähm. Hammer ist hier. Die Peitsche. Wo ist denn die Peitsche? Da ist die Peitsche. Gott, bin ich vollgefressen. Hoffentlich platzt er. So. Schürhaken. Brauchen wir auch noch. Ähm. Witzstein. Das ist die Spitze. Wesen. Ja. Ähm. Tote Fliege ist doch hier, oder nicht? Die lebt noch. Das war Mosaik. Ganz toll. Aus Versehen draufgeklickt. Das ist der Wettstein. Jetzt haben wir noch Kreuz Ass. Schürhaken und Tote Fliege. Links unten. Hier, links unten ist nix. Links unten. Hier ist mein Menü. So. Ähm. Kreuz. Wo soll denn hier bitte Kreuz Ass liegen? Ich würde mich einfach quer durchklicken. Ja, aber dann macht der keinen Spaß dann. Ähm. Schürhaken. Ist das... Nee, das ist ein Kleeblatt. Das macht ja dann keinen Spaß. Ich finde die Maske immer noch so geil. Ich bin der Geist. Ernsthaft? Boah, diese... Alter, diese Animation war grad mega. Ja, hab ich gefeiert. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein Kreuz ist auf dem Holzbalken. Aber Ass? Ein Kreuz ist auf dem Holzbalken? Aber Ass? Wo ist denn ein Kreuz auf dem Holzbalken? Hä? Ich seh nur nemal jetzt ein Kreuz auf dem Holzbalken. Hä? Wo denn? Das hier, wenn das meinst du hier ein Kreuz ist, das ist ein Kleeblatt im Übrigen. Ähm. So. Ich aktualisiere hier mal den Dings, weil der hängt schon wieder bei mir hier. Ähm. Schürhaken. Wo ist denn... Atombombe? Das war ein Kreuzass. Die Keule. Das ist ne Keule mit Nägel drin. Alter. Weil ich dachte hier, dieses kleine... Ah, nee, das ist ne Gabel, ne? Ja, Kleber. Ich muss voll wild machen. Ja. Ähm. Schürhaken. Das, da hinten ist kein Schürhaken. Das hier ist der Schürhaken. Ach ja. Hey, du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Tote Fliegen. Von den Fliegen. Wir haben gerade eine kaputt geklatscht. Aber kriegen direkt drei im Inventar. Ja, macht Sinn. So. Ähm. Wir haben... Ah, warte mal. Wir brauchen ja auch den Haken, ne? Können wir irgendwo noch wimmeln, vielleicht? Achso. Da müssen wir ja... Genau. Das hier können wir, glaube ich, nichts machen. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, wieder so ein Wimmelbild finden. Können wir hier wieder weiter wimmeln, vielleicht? Ja. Es geht weiter. Ich fass es nicht. So. Goldenen Armband. Ist es das hier? Nein. Das waren die Perlen. Ein Porträt. Ein Holzfuß. Eine Pfeife. Ein Glock. Der Glock ist hier. Ähm. So. Porträt. 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 Ähm. Rahmen. Das ist der Rahmen. Ein Hals... Das ist Halsband. Ein Rasiermesser habe ich schon vorhin gesehen. Das war hier. Der Holzfuß ist hier. Angelhaken ist hier oben. Den hatte ich schon gesehen. Den kriegen wir wahrscheinlich gleich. Pfeife beim Schlüssel. Pfeife beim Schlüssel. Ah, hier. Stimmt. Tatsache. Ey, super. Geil. So. Ähm. Violine im Kasten. Hier ist die Violine und hier ist der Kasten. Aber ich muss wahrscheinlich erst den Kasten öffnen. Natürlich. So. Goldenes Armband und Porträt und Käfer. Käfer ist hier. Ja. Wollte schon gerade sagen. Goldenes Armband und Porträt. Jetzt kommt wieder Porträt. Ist wieder was ganz Besonderes. Ich freue mich sehr. Käfer ist klar links. Ja. Ähm. Haben wir schon Porträt und goldenes Armband. Wo ist denn? Da war das Porträt drin. Ganz toll. Das ist goldene Armband. Ha. Alter. Ich werde noch zum Wimmelbild-Profi. Ich glaube ich werde mich in der ESL anmelden. Für Wimmelbild-Master. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Sache fürs Angeln. Dann gucken wir mal. So. Benutzen. Äh. Angelhaken. So. Jetzt brauche ich nur noch einen Köder. Den habe ich. Wohin bleibt mal. Achso. Ja. Komm hier. So. Kann ich jetzt angeln. Ich kann den Fisch nicht mit bloßen Händen vom Haken ins Glas beschwörtern. Natürlich kannst du das. Alter. Das ist doch. Das glaube ich jetzt nicht. Was brauche ich denn jetzt noch? Da nehmen die Hochzeitseinladung. Die fliegen. Nein. Ich brauche etwas anderes, um den Fisch vom Haken zu holen. Alter. Das ist so dumm. Das ist so dumm, dass es schon wieder lustig ist. Nein. Das ist doch I. Ja. Das ist doch I. Was soll ich denn jetzt mit den Fliegen fragen? Da frage ich mich. Soll ich die vielleicht in ein Schlüsselloch stecken? Hier. Nein. Okay. Brauche ich die vielleicht hier beim Steuerrad? Nein. Brauche ich auch nicht. Was soll ich denn bitte mit den Fliegen? Ah. Hier für. Nee. Hier für? Nee. Da brauche ich ja den Fisch für. Wenn ich ja gerade am Angeln bin. Den ich ja. Der hängt ja an der Angel. Weißt du? Der stirbt ja jetzt nicht, wenn er da stundenlang an der Angel hängt. Nee. Dann hört er auf zu zappeln. Nein. Ne. Ja. Lass uns doch mal in die Gruft gehen. Das ist eine gute Idee. Ähm. Fisch ohne Hände vom Haken. Ohne Hände. Ah. Hier fliegen. Genau. Stimmt. Wir haben ja noch die. Ach. Deswegen auch drei fliegen. Was? Sie hielt eins etwas in der Hand. Wenn ich doch nur Zeit zurück. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Was denn? Dann nimm die Einladung. Äh. Hallo? Das funktioniert nicht. Toll. Und jetzt? Hm. Was? Vielleicht lerne ich was Neues. Denn ich dann was? Anderen kann beim Fischen? Fischen? Fischen. Ja, aber was hat er denn in der Hand gehabt? Wo soll ich denn wissen, was der in der Hand hatte? Eine Rose vielleicht. Da richtig. Okay. heid. Vielen Dank.